Neues Jahr, neues F1. Diese Tradition wird auch 2024 fortgesetzt und somit geht es seit Ende Mai mit F1-24 an den Start. Wie gut der Formel 1 Racer dabei in seiner neuesten Fassung auf der Series S performt, checken wir in diesem Video. Viel Spaß! Servus Leute, ich bin Slippin' Jimmy und auf meinem Kanal dreht sich alles rund ums Gaming. Wenn du dich also dafür interessierst, dann lass doch am besten jetzt gleich ein Abo da und ansonsten legen wir nun los mit diesem Video. Mit F1-24 kehrt die Königsklasse zurück auf die Konsole und den PC. Dabei gibt es wie immer einige kleine Änderungen, vieles bleibt aber auch beim Alten. So werdet ihr dieses Jahr keinen Story-Modus spielen können, dafür wurde jedoch die Karriere überarbeitet und ihr habt nun die Möglichkeit euren Fahrer durch gute Leistung in den Rennen hochzuleveln und somit zum besten Fahrer im ganzen Feld zu werden. Ebenso wurden einige Strecken überarbeitet und auch am Fahrgefühl wurde seitens Codemasters und EA gearbeitet. Hier soll das Handling nun noch direkter und präziser als beim Vorgänger sein. In puncto Grafik wurde die Optik der Fahrermodelle nochmal etwas nach oben geschraubt und auch die angepassten Strecken sehen phasenweise etwas schöner aus als noch im Vorgänger. Gerade die Licht- und Schatteneffekte auf den Boliden sehen gut aus, jedoch gibt es auch immer mal wieder leicht matschige Texturen und Kantenflimmern auf der Series S. In Sachen Auflösung gibt Microsofts kleine Konsole F1 24 wie auch die Vorgänger mit einer Auflösung in Full HD mit 1080p wieder und liefert dabei konstante 60 Bilder pro Sekunde. Bist du zufrieden mit der Performance vom neuen F1 auf der Series S? Schreib's in die Kommentare, gib dem Video gerne ein Like, wenn's dir gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Peace. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.